Hallo und herzlich willkommen hier bei Düsseldorf Dortmund 11. Heute möchte ich meine ganzen Flüttelspenance zeigen. Ihr seht ihr gerade aktuell Trends. Ich habe auch ein paar, 4 Stück und ich warte euch mal weiter zeigen. Der erste, den hier, in der amerikanischen Look. Dreht sich mit einem guten Schwung. 2 Minuten 15. Mit den Schwächen natürlich eher weniger. So eines habe ich auch komplett aus Metall. Dann habe ich hier noch einen, der sich, wenn er sich dreht, bewegt. Kann ich euch eigentlich auch gleich zeigen. Und gestern habe ich einen neuen bekommen. Das ist der hier. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die sich schon alle drehen. Schauen wir mit dem blauen an. Ich glaube, da war jetzt nicht gut aus. So. Hier ist eigentlich ein guter Schwung. Der hier. Ich mache eh nicht ein ganz gutes Schwung. Einfach nur so. Mit einer Hand halte ich auch die Kumara fest. Den kann ich jetzt nicht mit Beinhänden machen. Weil ich jetzt nicht weiß, wo das so ein Griff ist. Was so stehen kann. Und ja, komplett aus Metall. Der nicht lauteste. Und jetzt der hier. Bei dem kann man das jetzt nicht ganz genau sehen, ob der sich jetzt bewegt. Also kann man das jetzt ja sehen. Und das hier. Waren eigentlich alle. Meine. Flittelspinner. So. Und das war es mit diesem Video. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ist egal. Kein anderes, was ich da mache. Bei nächstem Mal. Jedenfalls. Ey, was mache ich. Ciao. Ciao.